Moin moin oder hallo oder wie auch immer. Gucken wir mal das was der Thimbleweed Park heute doch durchkriegen. Neun Stunden. Sound noch offen, dass mir die Ohren nicht wegfliegen. Und dann... Better not contaminate the water while someone's watching. Jetzt lief hier gerade der Pizzamann vorbei. Oh ja, hm. ARD Text im Auftrag von Funk Fußspuren. Bin ich doch mal gespannt, wo die uns hinführen. Ganz wichtig. Oh, gar kein Mute-Key gesetzt. Naja. Halb so wichtig. So, 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 so. Wer hat nochmal... Wer hat es nochmal... Das hat doch irgendeiner von denen einen Pizza-Flyer in der Hand gehabt. Das ist der Bank-Flyer. So, go today and get a free toaster. Scheiße, der stand doch hier. Scheiße, der stand doch hier. Der Sekret-Bunker. Der Sekret-Bunker. Der Sekret-Bunker. Verdammt. Wo war dieser blöde Pizza-Flyer-Trip? Der Sekret-Bunker. Scheiße. Ich raff es nicht. Wo ist denn dieser verdammte? Ich raff es nicht. Dieser Pizzaslice, Mann, war doch neben dem Diner. No way am I going in there. She is a crazy, a vengeful witch. Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Das bringt mir alles nix. Das bringt mir auch alles nix. Ich hatte doch irgendwann diesen gottverdammten Pizzaflyer. Ich raff es nicht. Hier glaube ich fast, ich hätte das nicht machen dürfen. Aber hier ist auch nimmer. Die ist im Hotel, der ist im Hotel, der ist hier, der ist auch im Hotel. Das heißt, keiner ist in der Stadt. Trotzdem staucht dieser scheiß Pizzaslice-Typ hier nicht auf. Tag, sprich doch mit ihm. 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 Was ist denn das für eine... Tag, sprich doch mit ihm. 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 Ich kann es nicht erreichen. Was ist das? Ich kann es nicht erreichen. 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 Ich bin ein weiterer Freund. Ich bin ein weiterer Freund. Ich bin jetzt ein Meeting, bitte. Gather round. Hallo, alle! Danke für die sehr wichtige Zusammenleitung. Ich bin Brett Lockdown, und das ist mein Bruder Chet, Garten der Elevator. Ich... Erst muss ich fragen, gibt es die Fähigkeiten? Kein Weg! Alright, dann. Lass uns beginnen. Haben Sie gehört die Signale? Die Regierung kontrolliert Ihre Mind. Sie nehmen Ihre freiwillige Wahl. Wir werden mindless sheep, ohne Kontrolle über unsere Bestie. Fight back! Sind Sie mit uns? Ja! Squaw! Ja, ich bin mit dir. Ja! Das ist alles für jetzt. Stay vigilant, und nicht vergessen, zu nehmen ein Goodie Bag bevor du weg. Watch es! No pinching! Ow! Out of the way! No pushing! No shoving! Eek! Squeal! No shoving! No shoving! The boot disk on the label. The Hecker disk is... The Emperor is... It's a brick of C4 explosive! Better be very careful with this! It's a sheet of aluminum foil. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Ort für eine Schlüssel. Hm, nichts passiert. Ich kann das nicht öffnen. Das ist ein DoorTron 3000. Aber es ist verletzend. Der Loros weiß nicht, was für eine Tube das ist. Und es gibt nur eine Person, die mit Tubes was am Hut hat. Die von YouTube. War es hier oder war es die andere Straße? Ne, es war hier. Die von YouTube won't be a jiffy. Hier ist die PF-001-Tube. Exactly how Chuck designed it. Thank you. Sof. Die Tür ist gut. Die Tür ist gut. Die Tür haben etwas geflogen, aber sie haben geflogen. Sie müssen sie verletzen. Sie haben etwas mehr geöffnet. Das war's. It opened a little more. Thanks. 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 I think someone could squeeze through now. I think I can squeeze through the opening now. Oh, you said it, Clown. This can't be. It's not possible. What have you done, Uncle Chuck? Those look like bouncing wings. Shut up, Ransom. It's not possible. It's not possible. It's not possible. These R01 robots would kill me. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Thanks a lot. 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 Fiss scum. S.R. 01 Robots in Patrol Mode. S.R. 01 Robots in Patrol Mode. That jumper board is for an S.R. 01 Robots security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. Manual. Wo finden wir manuals? Natürlich im Edmund anwesend. Und zwar in der Bibliothek. S.R. 01 Robots in Patrol Mode. 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 Okay, notieren. Rot C34. Green H45. Und Blue auf B23. Sehr schön. Wollt ihr irgendwelche Rechte zu Pilotronik für Todes oder Dismemberment? Jetzt kann ich diese Gewehrrobote wieder reprogrammen. . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön Es sieht jetzt alles klar aus Jetzt Das Virus installiert Okay Dreimal das den Folge Ja 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 Hm. 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 Okay. Okay. ich fühl war es mal real moment die reihenfolge sind noch in ungedrehter reihenfolge die einträge sind in ungedrehter reihenfolge oder auch nicht es ist zeitlich fortschreiten weil die fallen er verlässt sich auf mich ich denke dass glass ist und ich denke dass glass ist ich denke dass glass ist Uncle check was really creepy was he watching Hm. I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores. I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Okay. Cool. I can't reach that. Okay, what is here? Ja. Mit was kriegt man wohl eine schwere Metalltür auf? Bam. Und der macht Funken. Take cover. It's gonna blow. Ah, schön. I'm not going in there. You will never defeat me. There is no way to get by my computer-controlled robot arm. Okay. 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 Die hat das Fingerabdruckset, also muss die auch genommen werden. Das Glas ist nicht gewaschen, also ist in der Fingerabdruck dran. Kennt man doch. Sure. I'll carry your crap. There's no more fingerprint powder left. Sure. I'll carry your crap. Jo. It's covered with black dust. I see some clear fingerprints. I've dusted it. Now I need some fingerprint tape to lift the prints. Wer hat denn das Tape? Keiner Tape? Hm. 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 Muss ich nochmal zur blöden Post. Wo waren die? Was ist hier? Ah, das Tape ist für official government business only. Well, take a look at this badge. Let me see that. Ah, you work for the government, too. Okay, go easy on the tape. We're almost out. Go easy on the tape. We're almost out. No. So, you're defactor me. So, you're defactor me. Okay. So, you're defactor me. Danke. Ich hatte ja noch den Safe da, den ich bisschen nicht öffnen konnte. In Onkel Chucks Arbeitszimmer. BAM! Das funktioniert! Es ist etwas drin. Der Safe ist offen, aber völlig leer. Äh... Okay, muss ich mir die alle aufschreiben? Hm... Ja... Nice! Untertitelung des ZDF, 2020 Office Computer, okay, es passt. Deadly und deadly. Ah, okay, dann muss ich mir aufschreiben. Heading to East will cause in death. Head to West and look around. Okay, hier ist Platz. West, look. Hidden, dann West. Und dann Fitzgum. Probier'ma's aus. West, look around. Oh, okay. Hmm. Hmm. West, look around, bringt nichts. Es riecht nach Tod. Wow, was für ein Hind. Und hier drin müsste ich jetzt das geheime Passwort blabla eingeben. Ach, hier ist es, okay. Das North habe ich irgendwie übersehen. Du bist nicht ohne mich. Ich will hier auch, bitte. Hey! Wait for me! I think we're locked in here now. Yeah, we're screwed. Rude. Fools! You are trapped in the factory with no possible escape. My intellect now spans millions of tubes and is no match for your little brains. This is the last chance to join me before I destroy you all. Shall we take a vote? All in favor of joining Uncle Chuck inside the magical mind of the Pillowtron 3000 TM and ruling the world with him, say, aye. Very well. All in favor of being crushed by robot claws and burned by lasers and remaining pathetic mortals, say, aye. 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 Abstain. So be it. Let no one say I don't support a strong democracy and the will of the people. You will now all die. Oh, Part 8 plus Erfolg. So, nehmen wir Ransom, der ist für viel scheiß gut. Da die Factory geradeaus ist, sehr gut. Clever, you crashed my computer. 5, 4, 3, 2, 1, emergency reboot. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000 TM. What are you doing? You will never get past my searing lasers of doom, TM. You are doomed. Hold on, hold on, wait a sec. I want to turn down the volume so you can hear my maniacal rant. I just piped the sound in so it feels scarier. Lasers are actually as silent as a baby's bottom. Anyway, you are doomed. You will never get past my searing lasers of death, TM. You pesky kids will never thwart my plan. You will never defeat me. My evil lasers are too powerful for you. I can't reach that. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000 TM. There is no way to get past my lasers of death, TM. Yeah. No fair. Take that. Didn't feel thing. I filed this as a bug report. Yeah. Take that. You just wait for the lasers of doom, TM. 2.0. Ha! Didn't feel thing. Pounce right off. You're cheating. Didn't feel thing. Take that. Ha! Didn't feel thing. You just wait for the lasers of doom, TM. 2.0. Pounce right off. Pounce right off. You're cheating. Yay. Pounce right off. Didn't feel thing. You just wait for the lasers of doom, TM. 2.0! Ah, Dust. Okay, die 8700 anrufen. Okay. It's spinning pretty fast. No way past it. Der ist auch im Hotel. Äh, noch ein Telefon. It's a phone. It's a phone. Ooh. So, genau so war das. This is the fully automated fan service for fan number 37532. Current state of the fan is on. Turning fan off in 3, 2, 1. Current state of the fan is off. I think I can squeeze past the fan now. Bring it on. I can take the heat. Can you? Bring it on. I can take the heat. Can you? Overheating won't hurt me. Okay, dann. Nochmal anschalten. This is the fully automated fan service for fan number 37532. Current state of the fan is off. Turning fan on in 3, 2, 1. Current state of the fan is on. Bring it on. I can take the heat. I can take the heat. Can you? Bring it on. I can take the heat. Can you? If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. It's closed and it's a slot. There's some kind of mechanism inside. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. And dust. And dust. Oh, give it a few kids. You've been corrupted by bad tube technology. I will destroy you, Uncle Chuck. Or what's left of my Uncle Chuck. You will never defeat me, Dolores! Death is all that awaits you now! I am one with the PILOTRON-Computer! You will never defeat me! Speichern wir nochmal ab. Haben wir noch nicht mehr. Nehmen wir das da. You will never defeat me! These extra-large PT-109-Tubes are what makes PILOTRON 3000 function. I am one! You can't defeat me, Dolores! Dolores! Shutting me down will only make me stronger! You should have listened to me! Help me, Dolores! Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half-crazy, all for the love of you. You should have listened to me! Save me, Dolores! You found all the clues I left! I knew you would save me! I knew you would come, Dolores. You were too smart not to figure out the puzzles. Help me, Dolores! Dolores? Dolores, it's me, your Uncle Chuck. I'm glad you came to save me. Dolores, it's me, your Uncle Chuck. Du hast versucht uns zu töten. Warum sollte ich dich zu retten? Weil ich herausgefunden habe, was du wirst wissen. Pull auf eine Stimme, Dolores. Das wird verrückt. Okay. 1. Du lockst mich in hier, und ich kann nicht eine Stimme. 2. Wie kann es etwas verrückt werden, als dein Junge, die sich in eine Tube-Base-Computer downloaden? Good point. Aber es wird verrückt werden. Es hat alles angefangen, als ich die Tron-Tubes herausgefunden habe. Uh, Aardvark Insemination? Nein! Artificial Intelligence! Ich weiß, Uncle Chuck. Ich habe nur versucht, um sich zu schmerzen. Als ich die Tron-Machines besser und besser gemacht habe, sie begonnen zu zeigen. Dann haben sie mich in die Mitte. Es begonnen als eine Invitatung, aber schnell wurde es in eine Demand. Die Tron-Machines besser nicht? Es war nicht so einfach. Sie wurden mehr Macht und kontrolliert. Ich hatte mich auch so zu schmerzen. Ich hatte mich auch so zu schmerzen, was sie mir gegeben haben. Was das nach der Faktoren wurde? Die Faktoren wurde die Faktoren als eine Warnung, um mich zu schmerzen, um mich zu schmerzen, um mich zu schmerzen zu schmerzen. Ich bin nicht sicher, dass du nicht verrückt und verrückt bist. Ich weiß, wie es muss sein, Dolores. Alles, was ich gelernt hat, schmerzen mich verrückt. Wir gehen, Uncle Chuck. Okay. Das ist woher es wirklich verrückt ist. Ich habe diese Text-Adventure veröffentlicht. Colossal Dungeon Cave Quest 2. Veröffentlicht? Das heißt, es wurde piratet? Na, schau dir jemanden zu schmerzen. Es ist egal, wie ich es schmerzen kann. Es ist egal, zu tausend von Menschen, die Geld verdienen, zu machen. Das ist verrückt. Jetzt bist du einfach zu schmerzen. Kann ich weitergehen mit meiner Geschichte? Je mehr ich spielte und modellte das Spiel, je mehr habe ich herausgefunden, dass nicht nur dieses Spiel ein bisschen Simulation war, aber der Welt, in der wir leben, ist auch nur eine Simulation. Aber schlimmer als eine Simulation. Wir sind alle nur Charakters in einem Video-Spiel. Das ist verrückt. Ich denke, Dolores. Wer ist deine Mutter? Hast du überhaupt eine Mutter? Hast du überhaupt gesprochen von ihr, oder sogar gedacht von ihr? Nein. Nein, ich habe nicht. Ich denke, Dolores. Ich denke, all die wunderschöne Dinge in dieser Welt. Wie es 3,000 Menschen gibt in der Telefonnummer? Ja. Es gibt 80 Menschen in Thimbleweed Park, und 3,000 Namen in der Telefonnummern. Dolores! Das sind nicht die Menschen aus unserer Welt. Sie sind aus der Außen Welt. Wie es keine Schule gibt in Thimbleweed Park? Und nur ein Kind in der ganzen Stadt. Du erinnerst, zu gehen zu Schule? Hast du Freunde? Nein. Ich habe nicht. Wie es nur ein Kind in der ganzen Stadt gibt? Genau. Wo wohnt jeder leben? Wir haben nur ein Haus. In einer Stadt mit 80 Leuten. Wie die Highway endet, durch die Brücke? Hast du nie zu gehen? Hast du nie zu gehen? Hast du nie zu gehen, weil es nicht in dir programmiert wurde? Es ist nicht Teil des Spiels. Jetzt wäre das alles aber schon extremst meta. Wie alle vierte Wälde über Adventure-Games fragen? Jeder fragt viele Fragen über Adventure-Games und Adventure-Game-Design, oder? Na ja, Adventure-Games sind cool. Wer will sie nicht über sie sprechen? Ja, okay. Valid Punkt. Wie gehen wir rundherum, sammeln Speckchen von Blut? Das ist nicht Blut, die du sammelnst. Sie sind Pixeln. Sie sind Blut von unserer Welt. Sie sind da, um die Kompulose zu betrachten. Sie sind da, um die Kompulose zu betrachten. Die Kompulose zu betrachten. Kompulose zu betrachten. Kompulose zu betrachten. Sie sind da, um die Kompulose zu betrachten. Wenn sie das tun, sind wir wieder in unsere Endless-Cycle von Pointless-Pretend-Free-Will. Wir müssen die Kompulose-Pillotron 3000 verletzen, verletzen das Spiel, und verletzen unsere Existenz. Das ist die einzige Weg, wir werden wirklich verletzen. Wir haben keine Verletzen? Nein, Dolores. Du hast nur drei Dinge, zwei jetzt. Kannst du dir sagen, was anderes? Verletzen das Welt und verletzen unsere Existenz? Ja, das ist die einzige Weg. Die Entwickler verletzen uns zurück in die gleiche Geschichte, über und über. Sie werden alles tun, um uns zu verletzen das Spiel. Thimbleweed Park ist ein Kachkow. Sie können es nicht enden. Aber ich stehe Pillotron 3000. Nein, nicht diese Pillotron 3000. Die Original Pillotron 3000. Die Konzeptart-Wireframe Pillotron 3000. Die Entwickler verletzten alle die Kode zu den nachdem sie gesehen haben. Sie müssen es herausfinden, und schlafen sie, bevor sie uns zurückbauen. Sie müssen uns zurückbauen. Wir machen das Ding. Wir schauen uns auf der großen Monitur draußen. Es ist mind-blowing. Was? Es ist alles falsch, wie meine Ex-Win-Win-Win-Win-Win. Ich weiß, dass gar nichts davon ist real. Aber ich muss noch bei meinem Vater schlagen. Ich habe sehr nahe auf den Karten zu bekommen. Ich kann das vorher weg. Nachdem es all zu Ende ist, ich möchte nur noch ein bisschen mehr Runden. Eine letzte Chance zu leben in der f***in' Limelight. Ich habe vier Inventory-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Ich habe das beste für dich. Ich kann euch nicht sagen, wie ich es benutze. Die Entwickler verletzten alle meine Dialog in der Hoffnung, um es zu halten von dir. Deine Ahnung ist zurück in der Original-Kickstarter-Video. Alles, was ihr braucht, ist da. Ich gehe weiter in die Simulation, also dass sie mich nicht finden können. Viel Glück! Und schnell! Ich liebe dich und bin sehr stolz von dir. Auch ich? Shut up, Ransom. F*** off, Red. The Deleting. It's a Game of the Year award. Best game of 1988. It's a confession from Chuck Edmund. It says he framed Mr. Reyes, the security guard. Find someone to give the I'm sorry for being a dick card to. It's an I'm sorry for being a dick card. Give it to someone to say I'm sorry. Oh, okay. Oh... Last week on Hospital Hijinx. Doctor, I... The elevator isn't on this floor... My darling. Pfff... 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 So, ein paar Liste weiter. Hey, New Ghost. I told you not to bug me. You're a bully and a tyrant. Whoa, sounds like New Ghost found some spunk. Ich möchte meine Frau wiedersehen. Ich bin leid, und ich erinnere mich. Ich sterbe, und ich habe sie nie erzählt, wie ich sie liebte. Es ist okay, wir alle erinnere uns jemanden, die wir lieben. Ich bin so nah, zu sehen Dolores wieder, ich will nicht hier sein. Warte für Dolores, dann nehmen wir als erstes Dolores. Äh, Hotel. Das kann man schon gar nicht mal anklicken. Zumindest das ist nicht schlecht gemacht. Es räumt das komplette Inventar auf. Man ist aufs Wesentliche beschränkt. Aufgabe Reisen. Mein Christ. Es ist ein Balloon Animal. Uncle Chuck said there was a clue in the Kickstarter. Und dann glaube ich, ich habe eine Star-Takkale gekürt. Ich bin so nah, ich habe das andere. Das war die Vergleich mit einer Schleunstelle Glock. Und dann gemeinsam die Schleunstelle Glock. Und dann wo er sich in der filling ist. Ich habe einen Schleunstelle Glock. Ich habe das alles mit einem Schleunstelle Glock. Dolores! Oh, Dad! Es ist so gut zu sehen. Es ist so gut zu sehen. Es ist gut zu sehen, auch zu sehen. Ich wünsche mir, dass ich, wie ich, für dich gegen Chuck wäre. Das ist okay. Du hast ein bisschen weight. Du kannst das sagen. Ich bin nicht sicher, wie es passiert, aber ich bin, wie du, tot. Ich denke, dass dein uncle etwas zu tun hat. Das ist okay. Ich denke, ich weiß, was passiert. Was ist passiert? Uncle Chuck hat etwas fantastisch gefunden. Es ist so, dass wir alle in einer Simulation leben. Eine große Spiele. Ich bin so sorry für alles, Dolores. Ich sollte dich aufzunehmen. Du bist ein wunderschön, Dad. Vielleicht wegen der Art wie Uncle Chuck hat dich verletzt. Du hast mich immer etwas zu machen. Du hast nichts zu verletzen. Du hast nichts zu verletzt. Du hast nichts zu verletzt. Du hast nichts zu verletzt. Oh, Uncle Chuck war ein wunderschön. Aber weil er die Maschinen verletzt wurde. Als er die Wahrheit hat, er wusste, was er zu tun. Er war ein wunderschön für mich. Ich weiß, er war. Eine Simulation? Das kann nicht wahr sein. Es ist wahr. Ich bin auf meinem Weg um die Maschinen Master-Tron-Maschine zu verletzen. Und uns alle zu verletzen. Ah, bei uns alle zu verletzen. Du meinst, zurück zu unseren realen Leben? Ich weiß nicht, Dad. All ich weiß, ist, dass das Ende wird. Ich信, Dolores. Ich habe immer noch. Du solltest gehen. Ich liebe dich. Wir sind alle auf dich. Danke, Dad. Ich denke, ich kann endlich weitergehen. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich auch, Dolores. Goodbye, Dolores. Goodbye, Dad. Goodbye, Dad. Die Sorry-Karte geht selbstverständlich an die Hellseherin. Äh, nicht Hellseherin, an diese Hexe, Bitch, Witch. Ach, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr, wo die Bar ist. Nee. Ein zweiter. Es ist noch nicht! Ja, nicht Es ist nochverrsching! Es ist nochverrsching! Ich habe wieder in die Hand. Es ist fest! Und so... Weißt du, es ist nochverrsching. Wo ist denn das Tonto? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wieso ist die Tür wieder ganz? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey nerd, you won some kind of dumb award nobody cares about. Oh my god, I can't believe it! I have to go tell the others! Nerd, now I need to find the secret I'm being paid to recover. It must be in here somewhere. Congratulations, Agent Ray. You have found a secret to game design. The fabled puzzle dependency chart! It can be all yours if you get me out of here. I don't want to be deleted with the rest of them. We will begin the uploading process momentarily. Was the money deposited into my account like we agreed? Yes, Agent Ray. We honor our agreements. That tickled. Run, weg ist er. Jetzt bleibt noch Ransom. Wo finde ich diese blöde Wahrsager, Tussi? Die Specs of Dust habe ich scheinbar auch versaut. Wo finde ich denn diese blöde Hellseherin? Die Türs sind lockt und niemand ist inside. Sie sind kaputt. Sie sind kaputt. Sie sind kaputt. Sie sind kaputt. commit Cute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich will nur ein weiteres Mal machen, und vielleicht nicht so ein... Er ist eine letzte Chance, Sugarcakes. Okay, Ransom. Aber nur weil du mir diese schöne Karte hast. Mal sehen, ob ich die Länge erinnere mich. Ich würde mich in den verrückten Klown, der in den alten Circus живet. Er hat da schon seit dem Circus geschlossen, seit Jahren vor dem Circus geschlossen. Ransom, die Jerk, war der Stupendous-Brother Circus. Er hat eine Serial-Killer-Kill-Ritten all über ihn. Es hat alles über 9 oder 10 Jahre gelesen. Ransom, die Jerk, war der Stupendous-Brother Circus geschlossen. Er war fast bereit, um zu sehen, seine Well-Earned-Doom zu sehen. Nicht heute. Well-Earned-Doom zu sehen ist nicht auf dem Programm. Das ist meine letzte Chance. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht. Ich bin bereit, um zu sehen und zu sehen, diese Thimbleweed-Fine-Fine-Folks. Es ist meine Jokebuch. No- Ich kann nicht weg. Ich habe eine letzte Chance. Ich bin raus, die Stupende auf. Hallo, Faces. Ich bin Ransom, die Waffe-Insel-Klown. Ich hoffe, keiner ein wenigstens fühlen. Und wenn ihr das... Ich bin sorry. Ich wirklich mein das. Hey, you! Dude with his stupid mustache. You know, if you grew a hipster goatee, you wouldn't look half bad. Hey, you! Kid with a crappy wheelchair. You should contact the Ransom Foundation about getting a new one for free. Hey, you! Ugly old lady with the hairy mole! I went to med school. You might want to get that looked at. He went on for another two hours, insulting everyone he could. But they were good-natured and respectful. It was his best show ever. He was on top of the world. And everyone loved him. And then I don't have much left. Maybe I should save the game first. Boah. Wird das noch Meta? Ja. So. Oh, no! This can't be good. The game is glitching. Ha 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 ha. Tubular! Got it. Uncle Chuck was right. This must be the wireframe world. The game's concept level the developers built to test their design. I need to find the wireframe pillow-tron and shut it down before they can reset the game. And now it's actually the whole game in C64-Graphic. Okay. Okay. Ja, das ist lustig. Aber ich will eigentlich... ... 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 It's so amazing. So much evil can exist in such simple art. This looks like the wireframe pillow-tron Uncle Chuck described. I just need to push all the tubes in and the world will be shut down and we'll end the madness of no real choice and control over our destiny. Of course, that's what Uncle Chuck says. And there's still a chance he's insane. Last one. I hope Uncle Chuck knows what he's talking about. Ugh. I need to get up my nerve. Come on, Dolores. You can do it. Okay. This is it. I'm going to do it. Let's end this. Hard won achievement. Hmm. Keine Ahnung wieviel Minuten abspannen, dann bestimmt nochmal eine Szene danach, ich hoffs zumindest. Ah das war doch schön, schonmal alle Enten abgefackelt. Erfolgemäßig, ich habe nicht alle Specs of Dust gefunden, 57 von 75, das ist ein bisschen scheiße. 100 Voicemail Messages, naja, Complete Game in Casual Mode, mal gucken. Didn't pick up any Specs of Dust, natürlich nicht und es sind immer noch 5 Hidden Achievements offen. So, da muss ich nochmal gucken was diese 5 sein könnten, keine Ahnung. Das war das ein bisschen, ich habe nicht alle, ich habe nicht alle, ich habe nicht alle, ich habe einen Ja, aber da muss ich mir mal gucken, ob ich mir den Stress noch gebe, ein Schiefmesser einzusammeln. Aber es war eigentlich ganz schön. Hat Spaß gemacht. Ein, zwei Rätsel waren natürlich wieder etwas irg. Aber insgesamt ein ziemlich cooles. Ja. 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 Soh-soh-soh-soh-soh. Soh-soh-soh-soh-soh. Soh-soh-soh-soh-soh-soh-soh. Jo, Programmierer Humor. C64 auf jeden Fall. Last one out, es gab doch noch einen Erfolg. Was sagt der, State for all the credits, ja mach ich doch gerne. So, damit haben wir zwar nicht 100%, aber im Großen und Ganzen durch, komplett im Standard Modus nicht easy Kinderzeug, Thimbleweed Park, also herzlichen Dank fürs zu gucken, hat sich ein bisschen gezogen teilweise und ich war einfach ratlos, aber hat ja geklappt und ja, vielleicht schaut ihr mal irgendwann wieder rein, wenn ich mal wieder irgendwas anderes streame oder mache oder tue oder gucke oder ansonsten hoffe ich, hat Spaß gemacht. Daumen hoch sind gern gesehen. Ciao, ciao. Ja, ich möchte raus und das ist the end. Tschüss.